Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, samt den letzten Mal Kaka am Dampfen. Freunde sind zu Feinden geworden. Kann ich euch erstmal ausrüsten hier bitte? Okay, das sind interessante Sachen. Den Wassergut hätte ich letztes Mal gut gebrauchen können. Gegen diese komische Krabbe. War doch gerade ein spezieller Gegner. Aber schon interessant, dass wir jetzt Mio spielen. Ich dachte, wir rennen jetzt erstmal Snor und so weiter weg. Ich würde im Übrigen sagen, die beiden Gruppen, die werden sich jetzt erstmal verbünden, wenn sie sich treffen. Weil sie haben ja beide genau die gleichen Probleme. Was ist hier? Oder Karte ist hier irgendwas? Ach, da darf ich nicht lang. Weil irgendwo sind doch bestimmt tolle Sachen für mich versteckt. Hier ist bestimmt was für mich. Leuchtet es doch rot. Ist über mir auch noch was? Ja, über mir ist glaube ich auch noch eine Klippe. Das erklärt im Übrigen auch, warum ich nicht per Schnellreise zurück konnte. Und krieg ich. Stimmt wahrscheinlich so überhaupt nicht. Aber egal. Hm. Vom Freunden abgeschossen werden will man echt nicht. Hm. Ja, wir wollen sie ja nicht umbringen, ne? So. Wut. Wut anzusammeln zieht die Aufmerksamkeit von Gegnern auf dich. Durch starke Attacken und Heilungstechniken sammelst du viel Wut an. Geht. Dann muss man das hier mal verprügeln. Okay. Die Wutlinien, die sieht man halt auch, ne? Okay, Rot heißt Angreif oder Heiler wird anvisiert Und die blaue Linie ist, wenn der Verteidiger anvisiert wird Auf uns hat das aber keinen Effekt Okay Unsere laden mit, äh, Auto-Angriffen wieder auf Und Anschüsse machen es noch besser Muss ich nur noch den Kampf gewinnen Zack Ich hoffe, der lebt noch Ich will nur sehen, was das für Hase sind Handhasen, die haben wir noch nie bekämpft Du willst mich, Hase, und du weißt es Der Hase hat nichts drauf Okay, wir müssen ganz schnell zurück Und dann müssen wir den Weg wegfinden Ach komm, die Wölfe Sofern sie mir jetzt die Kiste nicht komplett versperren Bifi ist erschlagen, her mit der Kiste Dank für die Silbermünzen Äh, vom Prinzip her eigentlich ja gerne Aber das wäre nicht der richtige Weg Nein, Fifi, ich will nicht Ich will nicht, Wolf Lass das Hier ist Koriander Mh Blingt köstlich Okay, da hinten ist was zum Liedchen-Trillern Und außerdem ist da hier ein Container Und, tschüss Es hat ein bisschen gedauert, die ganzen Wölfe zu erschlagen Aber der Container ist es hoffentlich wert Da war ein Bronze-Stirn-Schutz drin Also nein Weil so einen hatte ich schon Und der war nicht so gut, meine ich Mögest du deinen Weg finden Hier sind richtig viele Wölfe Aber es hieß ja auch Wolf Tal Ah, deswegen konnte ich hier auch gerade eben Nicht lang Okay, ein Boss Wenn es nur der ist, dann sollten wir es schaffen können Hoffentlich läuft uns einfach besser mit dem Hasen, ne? Ah, sogar so eine Ausweichzone Die nehme ich gerne Nee, wir konzentrieren uns erstmal auf den Großen Komm mal mehr als wenn die Kleinen jetzt weg Meinung zurückgenommen Lasst ihn in Ruhe Ich wollte den Kampf nicht verlassen Nee, schaffen wir nicht Wir schaffen den Kampf nicht Wolfi, ist so krassi Ich lehne höchstlich ab Man müsste sich komplett auf den Großen Wolfgang konzentrieren Ey, jetzt muss ich von hier aus den ganzen Weg nochmal laufen Oh, ein neues Monster Ein Landon-Cock-Tool Du willst mich Keine Widerworte Schau doch ein, was für ein knuckeliges Petgirl ich bin Du willst mich Schau auf die Ohren Kock-Tool besiegt So, jetzt aber Wieder hinlaufen So, jetzt X Einen Riesenbogen um den Großen Äh, Wolf hier drehen So, jetzt ist es Du denkst, diese Leute zufrieden? Ja, das ist Sennah, warum verankern du dein Zeitpunkt, zufrieden über diese kletzten Folle? Geht über sie Nee, wir hatten daselbe Problem gehabt Was, äh, was nimmst du die Trottel? Die haben dir teilweise das Leben gerentet Ey, Illumi-Mücken. Die Illuminaten-Mücken. Ich sollte mal gucken, was die sonst noch an Fähigkeiten haben, die drei. So, komm her, die machen wir auch noch eben fertig. So, bin ich gemacht. So, mal gucken, was haben die sonst noch an Fähigkeiten, also... Ah, okay, kann ich momentan eh nicht auswählen. Dann mal zurück. So, mal schauen. Vielen Dank. You guys, you want to survive? Live on? Hold the torch? Good question. What? Guys, let's live. Let's survive. What kind of pep talk is that? Of course we're going to survive. Well then, we know where to go. The city. The city? What are you even... In the eyes of the world at large, we're outlaws now. We can't go back to the colony. The soldiers. Their irises glowed blood red, just like his did. Right. I remember. This is just conjecture. But what if those soldiers are perceiving us as enemies? Because of the red irises. Correct. But what's even up with the colony? Did that freak do that? How? We don't know the method, but it's logical to think he did something. That's exactly right. That's it. So instead of going off our separate ways, we stand a better chance if we all work together. Right? I suppose I can't deny that. If we are going to be running, we might as well have some kind of aim, right? People on opposite sides, working together. Do you see? You're saying we can survive that way. Dude, what are we doing about the homecoming? Lance, are you being serious? Come on. You have to understand. If you still want to go after all this, I won't stop you. But before you do, you'll have to kill our friends here. Is that even how our lives are supposed to go? Remember that ceremony? Long ago. But after our homecoming, what's left? Well, think of the praise they got up there. Up on that shining platform. To me, it was like a pillar of husks. Terrible altar, built upon countless lives. You want that as your legacy? You're really okay with that? Well, what do you want me to do? I can't answer that for you. I don't know everything. But we need answers. I say we go out and find them. I want to know, why were we entrusted with these powers? What did he mean by the real enemy? So, the city? Yeah. What did he say? A land pierced by a great sword? Oh, right. That sword. You know, that massive one, way down south. Defeat the real enemy, and restore the world to order. Well, then, I guess you can count me in. Mia? I think I'd like to trust that man. Besides, how can we even fight anymore? After all we've been through. They're the enemy. They were the enemy. Okay, I'm with Mimi on this one. It may be to our advantage. I'll admit that, at least. Oi, what's that look for? Don't just stare at me. It's creepy. We're gonna need an answer soon. Do I even have a choice? Guess there's nothing for it. Good. My name's Noah. Colony 9, Special Forces Unit. As you know, I'm an offseer. These three, Lanz, Uni, and Riku, are my long-term friends. Oh, and this is my passion. Someday I'd like to play my own melodies. Not just the same old music that I learned in training. Okay. What is this? Feels like a surprise inspection or something. It'll help in the long run. Come on, man. Really? I'm called Mio. I'm an offseer in Colony Gamma's musical unit. I can do the hundred metri in seven seconds. Pretty quick on my toes, I guess. You go, you go, and I keep a diary. I like writing down what happens. I never miss a single day. You need the name. Special Forces Unit, Colony 9. We act as Noah's escort. Me and the boys, inseparable since we left the pod. My special moves, group heal. It's great at healing my allies all at once. My hobby. Collecting fortune clovers, I guess. And I'm Senna. I've been Mio's roomie, uh, ever since I was posted to Colony Gamma. My special move. I'm just crazy strong, I guess. I don't look it, but I can lift far more than my own weight. My hobby is... lifting. Oh, there you go, Lanz. Got a muscle buddy. Well, I'm Tyon. I'm part of operations and planning in Colony Gamma's survey branch. For this mission, I was assigned as support for the offseer. And? Go on. Your special move? I don't have a special move. What's the point? Why share details like that? I don't have... hobbies. Wow, Colony dull. Riku. In Colony 9, Riku was head of maintenance and crafting. And, these are attendants of Riku. They at your disposal. What's this attendance crap? I, Manana. Manana was cookie pond in Colony of Mio and others. Manana master of food. Stews, baked goods, fry-ups. can even cook up a mean Gonzales eyeball. Eyeball? I didn't realize both Agnes and Kevis assigned Nop on to their offseer squads. Weird coincidence, huh? Yeah. Wouldn't have expected similarities there. Come on. Uh, my name's Lance. I'm from the same colony as Noah. I work as the unit's defense. My special move. Ah, you figure it out. Ugh. Do we have to do this rubbish? Just bear with us. We can plan now that you've joined. So you're acting like we're a team already? Ugh. Spock's alive. Fine then. I'm with you. You totally sure? What else do I do? Not like we've got much choice. So, what's our angle? We have made some distance, but we're still in the colony's search zone. Luckily, we don't have any colonies south of here. And you? We shouldn't have any colonies mobilized either. So we go south then? Yeah. Um, what are you doing there? Hmm? Well, our clothes are pretty filthy. Just wondered if there was anything to change into. Oh. Fashion and utility. I need a change of clothes too. Cause these are, yeah. Don't stop at clothes. Have a look around. Take anything that could come in useful. Is there anything we could use? Tschüss. Also, ich kann verstehen, warum die das jetzt am Ende gemacht haben. Halt, um, äh, Vertrauen ein bisschen miteinander zu stärken. Lens kommt wahrscheinlich noch rein irgendwie. Äh, wir gucken beim nächsten Mal die ganzen Kisten durch. Beziehungsweise, sprechen mit allen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo dalassen, Like, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.